Ein Witz. Wie lauten die berühmten letzten Worte eines Sicherheitsmitarbeiters? Ist da jemand? Bei dem Kontrollgang in diesem Bereich würde ich mich selber erschrecken. Bei den Figuren und mit den ganzen Lichtverhältnissen und Schattenwürfen braucht sich bloß jemanden hinter den Figuren schnell verstecken, kommt nach vorne, hoffst und schreit Buh. Ich arbeite schon so lange hier, seit 2006, laufe regelmäßig meine Runden und habe noch kein lebendiges Wesen nachts gesehen oder erkannt. Bis zum nächsten Mal.